Elite 3 in den Squad Battles 1 Mega Pack, 2 Premium Goldspieler Pack und 12 K Münzen Ich habe nicht die Squad Battles so intensiv gespielt Wobei ich halt immer die 2 hole Naja, jetzt gibt es ein paar Packs Fangen wir mal an mit dem Premium Goldspieler Pack Komm, was geiles Bitte Erstes Pack Walkout Blau, Deutschland ZOM Nein Thomas Müller ist nice Walkout und so Direkt ins nächste Pack Uff, Premium Goldspieler Pack Komm, nochmal was geiles Nochmal was geiles, bitte Walkout Kein Walkout dieses Mal Ach, Müllspieler Müllspieler So direkt ins nächste Pack Mega Pack Bitte Lass da was geiles drin sein Bitte Und Walkout, nicht Walkout, ein Goldspieler Ein seltener Goldspieler Spanien Torwart Porto Warum Er hätte Keeper sein können Oder wie der heißt Keeper Oder wie der heißt Keine Ahnung Ey, lass doch noch ein Hunter drin sein Bitte Ja Kommt alle Transfermarkt Muss ein bisschen Cash machen You know So, was haben wir hinten drin RF auf RM Müll 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 Bale Du bist so ein Gag Digga Abseits Was? Hahaha Traumtor Digga Uff Rushford In den freien Raum Ja, vielleicht ist hier noch was drin Ja, das müssen sie jetzt auslösen Vielleicht Gibt's gemacht Das gibt eine gute Gelegenheit Die Chance Hahaha, kannst du nichts machen Digga Ja Hier nochmal ein kurzer Clip Was du tue, ich mache wenn ich Offline spiele Alles offen da, da keine große Mühe mehr Leben zu dürfen Die Zuschauer sind aus dem Häuschen Die sind außer sich Eine klasse Aktion Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe euch hat das Video gefallen Bewerten und abonnieren nicht vergessen Tschüss Töne Häuschen 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 Häuschen